Musik 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 Ganz zaghaft wurde am 12. Juli 2014 auf dem Erlebnishof in Gleisto bei Buschmann und Winkelmann der zweite Mooday, auf deutsch Matschtag, eröffnet. Vorsichtshalber wurde gegen 12 Uhr mittags eine freiwillige Testperson ausgewählt, um zu testen, wie es sich anfühlt im Schlamm zu warten, bevor es später richtig zur Sache ging. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben heute Kindergeburtstag von meiner Tochter sechs Jahre und wir wollten es einfach mal hier probieren. Wir kommen aus Berlin. Schatzi, schenk mir ein Foto! Der Abend neigte sich, doch dann da sah ich dich, so ein Gefühl mit gar nichts zu vergleichen. Wusste nicht, wen du küsst, ob du alleine bist, ich fragte mich, wie kann ich dich erreichen? Ich zähl bis drei, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du ne Nummer oder hast du ein Foto dabei? Schatzi, schenk mir ein Foto! Wir veranstalten hier heute unseren zweiten Mat-Day nach dem vergangenen Jahr, wo es schon ein großer Erfolg war. Wir haben hier ein Beck draufgebaut, 1200 x 17,5 Meter. Da sind 75 Tonnen Sand drin und 10.000 Liter Wasser. Und man kann sich hier jetzt immer so richtig schön einmodern. Man kann diese Becken hier noch nutzen bis kommenden Sonntag, bis zum 20. Juli. Steht jetzt hier zur Verfügung, kostenfrei. Und wie gesagt, einfach mal herkommen alle und einfach mal richtig einsaugen. Wir haben hier Berliner gesprochen, sie teilen hier ihren Kindergeburtstag. Was haben Sie davon? Ja, gerne. Ist ne super Idee. Wir haben ja auch sonst Angebote für Kindergeburtstage. Also man kann hier GPS-Touren, Schatzsuche machen. Der Spielplatz, der mit den neuen Rutschen jetzt wirklich sehr einladend ist und wo viele kommen. Und jetzt noch in Ergänzung, die sind Matschfahrt und die Kaisleberin macht morgen auch noch auf. Das ist dann bis zum Oktober auch noch geöffnet. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann winke ich zu ihm rauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Zieger und so groß, groß, groß wie ne Giraffe so hoch. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber. Und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. 樹ng. Und ich geh, sie lieb, wie ein Zeiger und so groß. Und ich geh, sie lieb. Und ich geh, sie lieb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017